Ich zeige euch Grundstück auf dem Minecraft Citable Server, die ein Tag, eine Woche, ein Monat und ein Jahr alt sind. Dieses Grundstück hier gehört dem Spieler MC Bayern Fan und das Grundstück ist relativ klein. Hier ist ein kleines Haus drauf, ein paar Bärenbusche drumherum gebaut, aber das Grundstück ist ja auch gerade mal 24 Stunden alt. Dieses Grundstück hier gehört dem Spieler Ich Bin Cool und das Grundstück ist sage und schreibe eine Woche alt. Er hat hier sehr viele Häuser drauf gebaut. Das Haus gefällt mir sehr, sehr gut. Hier vorne baut er, glaube ich, gerade eine Burg und das Ganze ist auf einem Vierer Merch. Also GG, weiter so. Dieses Grundstück hier gehört einem Platin-Spieler. Das ist der beste Rang auf dem Server. Und der Spieler heißt Jerry. Er hat hier einfach nur einen Shop gebaut. Das ist eins von vielen Grundstücken von ihm. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass er hier einen Shop hat. Man kann hier alles kaufen. Holz, Milch, also einfach gefühlt jedes Item. Weiter so Jerry. Und jetzt kommen wir zu einem Grundstück, was ganze 365 Tage alt ist und das Grundstück hat erstmal zwei riesige Brunnen. Ich glaube, das ist ein 6er oder 8er Merch. Hier vorne wird, glaube ich, gerade ein Skin gebaut. Hier sind zwei kleine Häuser. Ah, das ist ein Bienenfarm. Okay. Also hier kann man auf jeden Fall noch sehr viel bauen, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit auf dem Server.